Projekte lassen sich aus dem Seitennavigator und aus der Projektverwaltung heraus sichern. Wählen Sie folgende Menüpunkte, Projekt, Verwaltung. Alle eingelesenen Projekte, werden in der Projektverwaltung abgebildet. Markieren Sie im Dialog Projektverwaltung, in der Baumstruktur das gewünschte Projekt. Klicken Sie auf, Öffnen. Wählen Sie folgende Menüpunkte, Projekt, Sichern, Projekt. Legen Sie im Dialog Projekte sichern, die Einstellungen für die Datensicherung fest. Klicken Sie auf, OK. Das Projekt wird entsprechend den Eingaben, im angegebenen Verzeichnis gesichert. Projekte aus der Projektverwaltung heraus sichern. Wählen Sie folgende Menüpunkte, Projekt, Verwaltung. Markieren Sie im Dialog Projektverwaltung, in der Baumstruktur die gewünschten Projekte. Organisieren, Sichern, Öffnet den Dialog Projekte sichern. Legen Sie im Dialog Projekte sichern die Einstellungen für die Datensicherung fest. Die Projekte werden nacheinander komprimiert und im angegebenen Verzeichnis gesichert. Offen Sie im Dialog Projekte. Wir leben für die Bezahlung Projekte. invecklen Sie im Dialog Projekte. In der chromosomes sind mehr oder Lift policy looks.